Sorry. Das ist natürlich eine schlechte Taste für Action. Mach mal auf Kuh mal, bitte. Da komme ich nicht so einfach rauf. Okay. Okay. Strange Encounters. Okay. Dun, dun, dun. Hm. Du hast nicht recht noch was zu sagen. Ja, gut. Ähm. Ja, more DLC, bitte. Ähm. Ah, da komme ich als erstes durch, theoretisch. Oder Double Jump könnte ich auch schon lernen. Warte mal, ich habe gerade schon was gekauft. Versehentlich. Äh, ja. Ne, war aber das Richtige, weil Double Jump kann ich mir gar nicht leisten. Also. Gehe ich da weiter. Ja, ist gut. Ja, das ist genau. Genau. Okay. Ihr seht schon. Was ist das für einer? Höhe. Höhe. Okay. Höhe. 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 Interessant, interessant. Stimmt. So kommst du nicht daran. Mit einem Doppelsprung wahrscheinlich. Und hier kannst du mal reingehen, wa? Hier ist auch noch ein Durchgang. Ah, okay, da waren noch ein paar Münzen mit drin versteckt. Aber sonst... Ach so, und man kommt sonst auch gar nicht an die hier. Okay. Okay. Es ist jetzt aber wirklich Zeit, mir den Double Jump zu holen. Denn... Ja, ich komme ja sonst nirgends weiter. Ach, ich gebe gut aus, sehr schön. Cool, ich habe jetzt Animation. Zum Beispiel. Ah, und mein Doppelsprung funktioniert. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, ob man da oben noch weiterkommt oder nicht. Nein. Aber irgendwann muss man da wohl irgendwie irgendwie hinkommen, schätze ich. Pet Pack, okay. Ja. Äh. Ja. 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 Was ist das? Top Hat Pack. Was, kann ich da Hüte tragen oder was? Das ist was ich jetzt brauche. Jep. Okay, ähm, nichts nützliches. Was ich mir leisten kann, versteht sich? Oh, da geht's auch nochmal. Aber ich gucke erstmal hier. Ich sammle das auf. Sexy Outfits. Jep. Klingt nützlich. Selbst nimmt ein Doppelsprung. Ja, aber jetzt wird's doch Zeit, das Map Pack zu kaufen. Okay, jetzt kann ich da... Warte, 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 warte. Nee, das ist nur ein Stein, verdammt. Okay. Jetzt müsste ich da rechts durchkommen. Redest du mit mir? Nein. Okay. Okay. Hier kann ich also auch nochmal die Pakete kaufen. Moment mal. Ah, da kann ich irgendwann mal runterfallen. Da rechts falle ich auch irgendwann nochmal hin, wie es aussieht. gut. Und ich werde langsam reicher. Ah, ich glaube da, oder? Nicht. Wie komme ich dann da rechts rein? Hm. Mysterisch. Mysterische Mysterien. Okay. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe sogar jetzt schon wieder genug. Aber, ja, jetzt, wenn ich schon weiter oben bin, gehe ich auch weiter hoch. Nach rechts kann ich gar nicht. Dachte, ich wäre ein Stück nach rechts gelaufen. Ich laufe hier jetzt auch erstmal weiter, denn wahrscheinlich sehe ich gleich, dass ich ein neues DLC brauche und wenn das passiert, dann, ich weiß schon, warum ich erstmal nach rechts bin, bevor ich mir hier weitere Sachen gekauft habe. Gunpack. Amour for your horse. Ich weiß nicht, was ich damit tun sollte, ehrlich gesagt. Hä? Ich habe das doch gekauft. Moment. Ah, verdammt. Oh. Ah, toll. Weil ich versehentlich das scheiß Ding gekauft habe, habe ich jetzt ein Problem. Moment, bin ich hier unten schon lang? Ja, naja, bin ich zwar nicht, aber es gibt's auch nichts. Das erklärt auch, warum das DLC so billig war. Relativ billig halt. Moment. 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 Es gibt diesmal keinen Weg darum. Ist ja scheiße. Irgendwie muss ich doch hier noch irgendwelche Münzen finden können, oder? Zum Beispiel die da. Ah. Da war ein Busch im Weg. Ich verstehe. Jep, jetzt kann ich die Nachtkarte kaufen. Moment, kann ich... Okay. Okay. Ich akzeptiere es einfach mal so. Dass ich mit einer... Mit einer... Einhändigen Schusspfaffe... Auch Büsche umniedeln kann. Okay. Okay. Ja. Sowas... Gibt es beispielsweise tatsächlich in einem echten Spiel. Okay. Okay. Dass man erstmal ein DLC kaufen muss, bevor man das eigentliche... Bis wo man es wirklich zu Ende spielen kann. Die eigentliche Hauptstory. Okay. 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 Okay.